Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Doldagor, der Aschenwindaufseher, anzunehmen bei Carsten Jamartal in Boralus. An dieser Position ist die Folgequest von Prachtmers Palais. Da bekommt ihr im Anschluss diese Quest hier. Nehmen die Quest gleich mal an und darf hier in die Instanz Doldagor und dort den Endboss töten. Diese Instanz wird für den Dungeon Finder, also Dungeon Browser ab Stufe 115 freigeschaltet. Ich schreibe sie auch in den Chat, falls mich jemand nicht verstanden hat. Also ab Stufe 115 wird die Instanz für den Dungeon Browser freigeschaltet. In der Beta. Ob sich das bis ins fertige Spiel ändert, weiß ich nicht. Hier zeige ich euch nochmal Reingang zu diesem Gebäude, wo man die Quest annimmt. Da gibt man auch die Vorquest ab, Prachtmers Palais sollte also kein Problem sein. Falls ihr euch eine Gruppe zusammenstellt mit vier anderen Spielern oder je nachdem, je nach Item Level, mit weniger Spielern, egal, könnt ihr vielleicht auch schon Vorstufe 115 hineingehen. Das kann ich nicht sagen. Ich bin hier in der Beta, schwer Spieler zu finden. Deshalb mache ich es über den Dungeon Browser, wähle hier spezifische Dungeons, Soldagor Tank TD, Gruppe finden. Und sobald ich vor dem Endpost bin oder kurz davor, blende ich mich wieder ein und da geht es weiter mit der Aufnahme. So, da bin ich schon auf dem Stockwerk vom Aufseher. Das ist so ein Gefängnis, mit mehreren Stockwerkern. Hier oben bin ich. Die Werfterspitze. Und da sind noch zwei Trashmobs, zumindest in der Beta. Die machen und dann geht es dem Boss an den Kragmenter. Aber wir liebten hier hinten. Abwechslung voll Da sieht man auch ein bisschen von seinen Fähigkeiten, wie gesagt, ist normal, also ein Dungeon Rosa, ist schon unter 50% Der Heiler ist tot, wieso, und noch jemanden? Habe ich was falsch gemacht? Weiß jetzt nicht! Da bin ich jetzt diesem Kreuzfeuer nicht ausgewichen... So, Aufseher ist schon mal tot, der Generalschlüssel, ich hoffe der ist lootbar, ja, da war er drin! Generalschlüssel von Toltagor, Entschuldigung, dass er mit Quart aufgestoßen ist. Nun mache ich Instanzgruppe verlassen, weil wir im Dungeon Browser... Man darf hier hineinlaufen zum Abgeben, ich bin hier in Poballus... Hier... Ich laufe also hinein... Quest ist abzugeben bei Garsten Lammertal... In... In... Der Stragardesund... In dieser Position... Habt ihr gesehen, wo ich hinein gelaufen bin? Officer, ich konnte euch... helfen... Ciao...